Wir wagen uns heute mal an ganz wichtige Krebsmutationen ran, nämlich super häufige, um nicht zu sagen die mit Abstand häufigste Mutationen, die wir bei Krebserkrankungen kennen. Und das Protein, um das es sich hier handelt, ist nichts geringeres als TP53 oder in anderen Worten der Wächter des Genoms. Und in dieser Abbildung sehen Sie das auch ganz schön dargestellt. Das macht natürlich jetzt den Eindruck, als ob das ein riesengroßes Molekül ist. Das ist es nicht. Das ist ein sehr kleines Protein, aber es hat so immense Bedeutung für den Zellzyklus. Und gucken wir uns das noch mal genau an. Ich habe mal so ein kleines Onco-Education-Stempelchen auf das CARAS gesetzt, auf das schlagende Herz von Krebs, weil wir diese Mutation ja schon besprochen haben. Jetzt geht es um das Schild im Zellkern. um TP53 oder dem Wächter des Genoms. Und was Ihnen hier vielleicht schon auffällt als Eigenschaft ist, dass wir hier keine Pfeile oder keine Verbindungen eingetragen haben zu den ganzen Signaltransduktionsproteinen, sondern das TP53 hat in gewisser Hinsicht eine eigene Stellung im Rahmen der Zelle bzw. im Rahmen des Zellzyklus. Das heißt, und das ist an dieser Stelle schon mal ganz wichtig, wir haben kein Signaltransduktionsprotein, was aktivierend mutiert ist, sondern wir haben TP53, was mutiert ist. Und bei TP53 sehen Sie, das ist ganz dicht an der DNA dran. Das ist ganz dicht im Zellkern. Das hat erstmal gar nichts mit der Signalübertragung von außerhalb der Zelle über die Rezeptortyrosinkinasen und dann den intrazellulären Signaltransduktionsmolekülen zu tun, sondern es ist in sehr großer Nähe zur DNA. Und die Funktion, die das TP53 hat, wenn es schon keine Signaltransduktion hat, es ist ein Transkriptionsfaktor. Und ich hatte eigentlich überlegt, zu den Transkriptionsfaktoren ein eigenes Video zu machen, wo wir uns genau angucken, was die denn genau machen und was die genau können, hatte dann aber die Befürchtung, dass das nicht ausreicht und wir das vielleicht hier abhandeln können. Die Transkriptionsfaktoren, die können an die DNA binden und dort festlegen, welche Gene transkribiert werden. Wir hatten ja im Expressionsvideo schon gesagt, dass nicht die komplette DNA, das komplette Genom immer transkribiert wird und sich die Expression ja auch durchaus dynamisch je nach Situation verändern kann. Da spielen die Transkriptionsfaktoren eine große Rolle. Das heißt, je nach Begebenheiten und im Fall von TP53 ist das Schädigung der DNA, ist das Stress, zellulärer Stress oder ähnliches, kann das TP53 an die DNA binden und dort die Transkription und dann über die Ecke gedacht natürlich auch die Expression spezifischer Proteine beauftragen. Und ich rede die ganze Zeit vom Zellzyklus, den gucken wir uns natürlich auch noch mal ein bisschen genauer an. Dazu sneeke ich mal ein bisschen rein. Sie sehen hier einmal durchlaufend, wie gesagt, den Zellzyklus, also den Zyklus, den eine Zelle durchwandert, wenn sie sich verdoppeln soll. Und die ganz wichtigen Phasen, das sind die S-Phase, die Synthesephase, in der die DNA verdoppelt wird und die M-Phase, die eigentliche Teilung, die Mythose. Dazwischen sehen Sie zwei Pausen, zwei sogenannte Gap-Phasen, Gap 1 und Gap 2, die den jeweils nächsten Schritt, also einmal die DNA-Synthese und einmal die Mythose, vorbereiten. Und ganz typisch ist es jetzt für eine Zelle, dass sie alle diese Phasen einmal durchgeht. Das Ganze ist extremst gut überwacht. Es gibt verschiedene Stellen anhand dieses Zellzyklus, wo wirklich Proteine sitzen, die genau gucken, ob da nicht womöglich eine Schädigung vorliegt. Und wenn man so eine Überwachungssystematik hat, braucht man natürlich auch in gewisser Hinsicht irgendwelche Leute, in diesem Fall Proteine, die bei Vorliegen von Problemen auch was machen können. Und das sehen Sie hier in der kleinen Ecke unten. Das ist unser TP53. Und ich habe es ganz klein dargestellt, weil TP53 normalerweise, wenn es nicht benötigt wird, in einer Zelle, die sich ganz normal teilt, nicht groß vorliegt. Um es jetzt auch mal so ein bisschen blinken zu lassen, das soll halt heißen, es ist ein enorm instabiles Protein. Es ist halt je nachdem mal da und auch mal wieder nicht da, aber nicht sonderlich prominent. Wenn wir allerdings eine Schädigung haben, zum Beispiel der DNA in der Synthesephase, dann wird TP53 stabilisiert und häuft sich auch in der Zelle an, im Zellkern. Und als Transkriptionsfaktor hat es jetzt erstmal die Aufgabe, Gene transkribieren zu lassen, die den ganzen Zellzyklus erstmal stoppen. Erstmal auf Pause setzen und das Ganze sozusagen nicht weiter vorangehen lassen. Wir müssen uns bei der ganzen Sache immer vor Augen halten, dass es auf keinen Fall so sein soll, dass eine Mutation von einer Zellgeneration in die nächste übertragen wird. Das ist die Hauptaufgabe von TP53 zu sagen, wir stoppen erstmal den Zellzyklus und versuchen, und da gehen wir jetzt drauf ein, im nächsten Schritt auch die DNA zu reparieren. Und wenn das alles geklappt hat, wenn die Reparaturmechanismen des Zellkerns in der Lage sind, den Fehler zu beheben, dann kann natürlich der Zellzyklus ganz normal fortgesetzt werden. Und TP53 kann wieder verschwinden. Was aber jetzt, wenn die Zelle eben nicht in der Lage ist, diesen Fehler zu beheben und der Fehler weiterhin vorbesteht nach Ausreizen der Reparaturmechanismen, dann kumuliert natürlich TP53 umso mehr. Und hohe Konzentrationen von TP53, die haben zur Folge, dass jetzt weniger die Reparaturmechanismen angeschmissen werden, sondern dass jetzt die Zelle in den Selbstmord geht. Was TP53 jetzt in der Lage ist, Gene zu transkribieren oder transkribieren zu lassen, die die sogenannte Apoptose einleiten. Bei Apoptose sprechen wir immer ein bisschen lapidar von Selbstmord der Zelle, soll aber heißen, dass das ein ganz kontrollierter Vorgang ist, wo wenig Geräusche drumherum entstehen. Dann ist die Zelle natürlich weg. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben TP53, das je nach Schädigung mehr und weniger stark exprimiert wird. Wenn es stärker da ist, versucht es erstmal, den Zellzyklus zu pausieren, damit die DNA repariert werden kann. Wenn das nicht ausreicht, führt es die Zelle in die Apoptose, in den programmierten Selbstmord. Und wie Sie sich vorstellen können, ist das bei weitem noch nicht alles, was TP53 so macht. Aber es ist erstmal für das Verständnis der TP53-Mutationen bei Krebs sehr wichtig. Bei den TP53-Mutationen, die wir haben, handelt es sich um inaktivierende Mutationen, die dazu führen, dass alles das, was wir hier beschrieben haben, nicht mehr stattfindet. Und wenn wir uns jetzt nochmal angucken, wie es dann mit der Zelle aussähe. Also wir haben eine Zelle, die durchschreitet ganz normal den Zellzyklus, bis sie in der Synthesephase womöglich eine Mutation hat. Dann ist es jetzt eben nicht mehr so, dass die Reparatur einsetzt oder womöglich die Zelle in den Selbstmord geht, sondern dieser Schaden wird jetzt über die nächsten Zellteilungen immer weiter vorangetragen oder mitgenommen. Und nicht nur das, natürlich gilt das auch für neue Schäden, die entstehen können. Das heißt, wir haben eine instabilere Zelle, eine instabilere DNA durch die TP53-Mutation, die prädestiniert für das Anhäufen von Mutationen. Das kann man relativ schnell und einfach beantworten. TP53 kommt bei allen Krebsarten vor. Mal häufiger, vielleicht in 80% der Fälle einer speziellen Entität, mal weniger häufig, vielleicht in 30%. Aber es kommt wirklich überall vor. Und das macht es jetzt natürlich auch ein bisschen knifflig zu sagen, woher das denn wirklich kommt. Es ist ja in allen Organen, bei allen Krebserkrankungen, also so, dass man wahrscheinlich sagen kann, nehmen Sie das, was wir in den bisherigen Videos haben, zum Thema Karzinogene, Mutergene oder auch zur spontanen Vererbung. Das kann alles Grund für eine TP53-Mutation sein. Bei TP53 aber, das ist wichtig, haben wir auch eine vererbte Form. Es gibt das sogenannte Lie-Fraumeni-Syndrom, in dem die Patienten eine angeborene TP53-Mutation haben. Die Mutation in TP53, die führt dazu, dass diese Patienten oder die Leitrangenden von dem Syndrom gehäuft Mutationen entwickeln können, natürlich auch gehäuft Treibermutationen entwickeln können und sich darunter natürlich jeglicher Krebs entwickeln kann. Und das natürlich deutlich früher, als das normalerweise zu erwarten wäre, also durchaus im Kindesalter. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie therapiert man das denn eigentlich, dann muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass wir bei TP53 nicht eine Treibermutation meinen. TP53 an sich ist so gesehen kein Proto-Onkogen, sondern es erleichtert einfach die Krebsentstehung und das Wichtige sind schon die vorhandenen Treibermutationen. Das heißt, wenn wir jetzt über die Therapieformen sprechen, von TP53, meinen wir natürlich die Therapie von Krebsarten mit womöglich anderen Treibermutationen und zusätzlich TP53. Und dazu habe ich Ihnen mal wieder die gängigen Modalitäten der Krebstherapie im metastasierten Stadium zusammengeführt. Zielgerichtete Therapie ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil ich gesagt hatte, es sind inaktivierende Mutationen. Das heißt, die Funktion, die man gegebenenfalls therapeutisch angehen könnte, die ist schlichtweg nicht da. Und entsprechend nicht vorhanden ist letztlich die Option, TP53-Mutationen zielgerichtet zu therapieren. Wenn wir sagen, wir therapieren aber andere Treibermutationen, die womöglich zusätzlich noch eine TP53-Mutation haben, dann hat man ein ganz buntes Bild. Wir haben Treibermutationen, die total unbeeindruckt von TP53 sind. Wir haben aber auch Treibermutationen, gerade die ALK oder die ROS1-Fusion, die enorm darunter leiden. Die zielgerichtete Therapie dieser Treibermutation leider nicht so gut funktioniert, wenn zeitgleich eine TP53-Mutation vorhanden ist. Kommen wir zur Chemotherapie. Wie bei der Chemotherapie haben wir ja gesagt, wir machen Schäden der DNA. Wir geben eine Chemotherapie, die die DNA in der Synthesephase des Zellzyklus kaputt macht. Warum machen wir das? Weil normalerweise dann Proteine wie TP53 und ähnliches zu einer Apoptose führen würden. Also das therapeutische Ziel der Chemotherapie ist die DNA so zu schädigen, dass die Reparaturmechanismen der Zelle die Zelle in den Selbstmord treiben. Und nach dem, was wir bisher gehört haben, TP53 ist jetzt nicht mehr da, würde man natürlich erwarten, dass die Chemotherapie kaum Sinn macht. Also dass es wirklich sehr schwierig ist. Und in der Tat ist es so, als das bekannt wurde mit TP53, dass man da sehr häufig von ausging, dass das wirklich einen Resistenzmechanismus gegenüber Chemotherapie darstellt. Aber vorweg, das ist natürlich auch wieder von Tumorart zu Tumorart unterschiedlich. Bei der Immuntherapie, da können wir auch noch mal kurz drüber philosophieren, haben wir ja gesagt, die TP53-Mutation sorgt ja für eine genetische Instabilität, die sich durch viele Mutationen, durch ein Anhäufen verschiedenster Mutationen manifestiert. Und wenn wir das hören, viele Mutationen, die da anhäufen, sind wir natürlich sehr nah an der Tumor Mutational Burden. Und das ist natürlich prädestinieren in der Theorie für die Wertigkeit der Immuntherapie. Also soviel zur Theorie dahinter, aber man muss sagen, es ist Theorie. Praktisch ist es anders, in Positiven wie in Negativen. Im Positiven natürlich, dass auch Patienten mit TP53-Mutationen durchaus von der Chemotherapie profitieren. Im Negativen aber auch, dass uns die TP53-Mutation nicht immer angibt, dass man da mit der Immuntherapie gut vorankäme. Also es ist so ein bisschen verzwickter, so ein bisschen wie das Labyrinth, was hier abgebildet ist. Wir haben aber noch eine Therapiemodalität. Wir haben die Gentherapie. Soll heißen, wir haben modifizierte Adenoviren, die ein intaktes P53 mit sich tragen. Das heißt, man injiziert quasi diese Viren in den Tumor, wissen, dass es keine Treibermutation ist. Das heißt, es muss zusätzlich auch noch andere Krebstherapie verabreicht werden und geht dann davon aus, dass man einen Benefit davon hat. Das klingt ein kleines bisschen wie Zukunftsmusik und es wird Sie mit Sicherheit überraschen, wenn ich Ihnen sage, das ist seit 2003 zugelassen und seit 2003 eine Standardtherapie für Patienten mit Lattenepithelkarzinom des Hals- und Nackenbereiches. Aber klar, wenn Sie da noch nie was von gehört haben, muss man da in Klammern zufügen, in China. Das Gendizin wurde in China zugelassen. Es ist in Europa aktuell nicht zugelassen. Es ist beantragt worden. In Europa gab es dagegen durchaus auch andere Versuche, ähnliche Therapieoptionen zu machen. Ich habe Ihnen hier mal dargestellt eine Kommunikation zwischen der Europäischen Arzneimittelbehörde, die hieß damals noch EMEA, heißt mittlerweile nur EMA, und einem Hersteller, der eben so eine Substanz zur Verfügung hat. Und wenn man da mal durchgeht, sehen Sie, dass das für die Behandlung von Patienten mit Liefraumeni eingesetzt werden sollte. Und dass dem Ganzen zugrunde lag. Ein Patient mit Liefraumeni-Syndrom und verschiedenen Krebsarten, der insgesamt zwölf Injektionen in die Tumore bekommen hatte über fünf Monate und man dann ganz normal das Ansprechen via Bildgebung bestimmt hatte. Und Sie sehen, dass das Hauptproblem, die Hauptfürchtung, die die EMEA oder EMA damals hatte, natürlich wie immer in der Evidenz zu suchen war, dass nicht genug Evidenz vorhanden war. Was man weiß, was man auch aus den chinesischen Daten weiß, ist, dass es nicht so ist, dass die TP53-Mutation oder das Vorliegen einer TP53-Mutation in irgendeiner Form diskriminiert. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben ein kaputtes Protein, was je nachdem, ich gehe jetzt immer vom schlimmsten Fall aus, gar nicht funktioniert, realistisch ist aber natürlich, dass es da diverse Abstufungen gibt, dann muss man ja sagen, vielleicht äußert sich das ja so, dass wir Lücken im Protein haben. So wie wir hier dargestellt haben, dass man vielleicht die Stabilität wiederherstellen könnte des Proteins, wenn man diese Lücken füllt. Und das ist zumindest bei einer typischen Mutationsform von TP53 aktuell in klinischer Prüfung, in klinischen Studien. Das ist die Y220C-Mutation, die in erster Linie auch wieder bei plattenepithelialen Tumoren, bei Speiseröhrenkrebs, bei Lungenkrebs etc. vorkommen kann, wo man versucht, durch eine zielgerichtete Therapie, die genau so bindet, dass man eben die Lücken, die durch die Mutation entstanden sind, wieder zu schließen, dass man so ein Mittel einsetzt, in der Hoffnung, dass man dadurch eine neue Stabilität von TP53 erreicht und sich somit um die Erkrankung der Tumorart kümmern kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.